Hallo Leute, ich bin's. Ja, es ist gerade abends in dem Ort, wo ich mich gerade befinde. Ich bin gerade in der Küche und ich schaue mir gerade Chad Allens Pull It Review und ich war bei so einer Art Secondhand-Laden und ich habe diese richtig niedliche Snoopy-Figurchen gefunden und ich kann mich total an diese Figuren erinnern. Die waren mal ein Spezial von McDonalds. Es hieß Snoopy um die Welt und es gab so 100 verschiedene Snoopys. Das ist zum Beispiel von Italien, Snoopy in Italien und das ist Snoopy in Rom und ich habe ungefähr fünf schwedische Kronen bezahlt. Das ist ungefähr wie ein Euro umgerechnet so und die waren total günstig und ich wollte die damals in den 90er eigentlich, als die rauskamen, das waren 1992 oder so, als die rauskamen und ich wollte unbedingt welche haben, aber irgendwie haben wir keine gekauft damals. Ich weiß nicht warum, aber als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, boah, das ändert mich voll an die 90er Jahren und ich habe die voll günstig abbekommen und die sind noch total intakt und das werde ich zu meinen Vintage Collection hinzufügen. Ansonsten geht es mir gut. Ich bin gerade in der Küche und es ist alles wunderbar. Alle gucken fern oder schlafen bereits schon, aber ich bin ja noch wach und gucke mir ein paar Videos an. Wie ihr sehen könnt, es gibt Internet hier. Von daher wollte ich alle Leute und alle meine Abonnenten in Deutschland schöne Grüße wünschen. Ansonsten, ja, einfach wenn ihr Fragen habt, einfach unten an den Kommentaren schreiben. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Tschüss. Hi, ja, ich muss mich nochmal korrigieren. Der ist nicht von Italien, sondern das ist Schnupi in Argentinien. Ich habe da gerade unten geguckt und da steht halt irgendwo hier, ja, ähm, Moment, ganz genau, hier Argentinier und hier dann steht dann ganz unten dann Made, ein bisschen genauer, Made for McDonalds, Corp, irgendwas. Genau und das kam in den 90er raus. Genau, kurz vor 2000, 1999. Krass, wie die Zeit vergeht. Aber ich kann mich total noch an den Dingern erinnern und ich bin total happy happy, dass ich sie habe. Ansonsten, tschüss. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020